Hallo meine lieben Kinder, jetzt kommt unser Thema, das Badezimmer. Was ist das? Das ist die Badewanne. Wie ist die Badewanne? Die Badewanne ist weiß. Die Badewanne ist weiß. Die Badewanne ist weiß. Was ist das? Das ist das Waschbecken. Das ist das Waschbecken. Wie ist das Waschbecken? Das Waschbecken ist weiß. Das Waschbecken ist weiß. Was ist das? Das ist die Toilette. Das ist die Toilette, oder? Das ist das Klo. Das ist das Klo. Wie ist die Toilette? Die Toilette ist weiß. Jetzt von vorne an. Sagen wir alle Wörter schön zusammen. Gehts los? Das ist die Badewanne. Das ist das Waschbecken. Das ist die Toilette, oder? Das ist das Klo. Dankeschön. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe das für heute. Das ist die Toilette.